Wir sind die ersten Frauen der SGUSF Berlin und man nennt uns auch die First Ladies. Wir spielen Handball in der Oberliga Ostsee Spree. Handball ist ein spannender, körperbetonter und dynamischer Sport und es geht halt immer fair bei uns ab. Der respektvolle Umgang im Team steht bei uns im Vordergrund. Unser absolutes Highlight im letzten Jahr war den Berliner Pokal 2023 zu gewinnen. Da hatten wir die Chance am feinen Vorwochenende mitzumachen. Dank großartiger Unterstützung unserer Fans, Familien, Zuschauer, ZuschauerInnen, die alle in unserer Heimfarbe Blau uns auf der Tribüne unterstützt haben, haben wir es am Ende auch geschafft den Berliner Pokal 2023 zu gewinnen. Uns zeichnet als Team aus, dass wir eine dynamische Gruppe sind. Die mit viel Freude gemeinsam dreimal die Woche trainiert, dabei unfassbar viel Spaß hat, auf der Platte, aber auch nach Abpfiff. Wir haben den Berliner Amateursportpreis am meisten verdient, da wir mit viel Power immer versuchen, das Bestmögliche im Training rauszuholen, sowie auch am Wochenende. Man kann auch mal nicht gewinnen, aber wichtig ist es, dass wir als Team trotzdem zusammenhalten und nach vorne gucken, weil in der Tabelle kann sich immer noch was verändern. und dann